Yeah! Rockstar werden war mein größter Traum. Kohle, Mädels, ihr versteht schon die ganze Show. Und dann kurz davor... Was soll denn jetzt noch Schlimmes passieren? Ich fange am besten mal vorne an. Jetzt nochmal, dass es selbst für eine Lernbehinderte am Möbel verständlich ist. Ihr werdet dieses Lied nicht mehr spielen! Welches Lied? Wollt ihr euch anbieten, als hervorzuspielen für Matzen? Oh, das scheint ja jetzt nicht mehr zu gehen. Fuck! Sieht so aus, als müssten wir uns neuen Gitarristen suchen. Frag Inge. Inge! Ist furchtbar. Es gibt keine andere Lösung. Ich bin dabei. Jetzt echt? Vorausgesetzt natürlich, er erfüllt meine Bedingungen. Wir dürfen, wenn Inge tanzt, nicht mehr spielen. Das ist euer Alleinstellungsmerkmal. Was, wenn wir erstmal auf Inges Bedingungen eingehen? Weil wir haben nichts zu verlieren. Jetzt fängt das schöne früher an. Ich hatte sogar einen Dritt bezahlt. Das war gut. Fuck you, man! Was? Das ist Bubasex. Da brennt ein Höschen. Ich hab gar keins an. Das ist Matzen. Hau rein! Du musst unbedingt mit ihr reden, damit wir morgen noch, wenn Inge tanzt, proben können. Hast du versprochen, dass ihr morgen, wenn Inge tanzt spielt? Hast du wirklich gedacht, ich bin dumm genug, das mitzumachen? Scheiße! Es kommt immer irgendwann der Punkt, wo man sich entscheiden muss. Willst du einen Hit, auch wenn du damit jemanden verletzt, den du wirklich liebst? Wir spielen wieder mit, wenn Inge tanzt! Mann! 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 Vielen Dank.